recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer 80 von aborion ja wir haben jetzt hier unser schiff letztes mal zu zwei container gebracht ich hatte da noch die idee dass c43 das zweite auch einzubauen um zu gucken ob die reichweite besser ist das würde ich gerne ausprobieren und dann müssen wir mal weiter gucken dass wir in unserer karte da weiter südöstlich kommen um da weitere sektoren zu freizumachen aber das machen wir alles nach dem intro bis gleich so jetzt haben wir da vorne ein ziel da ist ja irgendwo was ich weiß nicht ob wir den schon haben oder nicht zurzeit wird uns am kreis nichts angezeigt wo etwas ist nur da blinken tot ist da ist also was so jetzt gucken wir mal dass wir hier reingehen und dort rein jetzt wird mich das nämlich interessieren was nehmen wir denn dafür raus ein hyper raum sprung können wir kurzzeitig mal rausnehmen kann man nicht rausnehmen weil er fest eingebaut ist hier das geschützkontrollsystem können wir einmal kurz rausnehmen raus und dann bauen wir das rein ich darf es nur einmal einbauen alles klar dann wissen wir da bescheid was sind das hier hüllen polarisierer gut das sind noch sachen die wir vielleicht eben doch letztes mal nicht eben letzte folge gekriegt haben gut dann wissen wir da bescheid einer ist drin mehr geht nicht so da blinkt jetzt noch was ich fliege da nochmal hin ich hatte zwar schon einen raus geschaut aber ich bin mir jetzt nicht sicher ob der dort war oder ob das der nicht war und wir hatten ja den anderen zerstört um dann festzustellen dass der dann weg ist ich glaube dieses teil haben wir nicht gehabt ist ein sender interagieren wir wenn du ein teil von operation exodus ist dann weißt du was du zu tun hast viel glück okay da mal ein teil von der operation exodus raute 71 x gleich 333 gut ich hoffe der merkt sich das so ich glaube ich glaube ich kann man das nachgucken wenn der missionen ja operation exodus einen sender gefunden der mysteriöse nachrichten an alle teilnehmen der sogenannte operation exodus sendet okay dann haben wir das erst mal aber das ist das teil der ok abgewählt ist es den sender will ich jetzt nicht zerstören und die jäger die haben auch noch nicht gemacht ne unser schiff ist also dass der planet das sind keine astroiden das ist jetzt hier der sender wo sind ja immer astroiden alle an ich nicht jetzt mal da ist auf jeden fall einer ja da einer so weg ich dachte wir hätten jetzt mal hier mehr asträgen gehabt oder ist das wohl nicht so oder anders generiert ich weiß es nicht so schlimm wir gucken weiter wo wir hin wollen mission notruf ne ich denke mal wir gehen mal in den sektor schauen zu dass wir dahin fliegen wir wollten ja weiter südlich irgendwann müssen wir auch wieder auf die zivilisation die wir kennen stoßen ein sprung und los geht's pinker sprang kopf so da sind wir hier und hier wird uns unten was angezeigt dass da schon was ist da sind sender aber wollen sieht auf jeden fall so aus so f interagieren wir ok hier ist auch noch wieder eine koordinate interessant sehr schön mit dem mond hinter dem planeten hier wenn es den mond ist wird uns auch zwei monaten kann natürlich auch sein ja ja fliegen wir mal in diese richtung hier wird aber nichts angezeigt wahrscheinlich war nur der eine sender das hier gibt's nix so noch woanders was hier zu holen ich glaube nicht nur noch aus dem feld ne nicht wirklich der war da können wir es noch mal da oben bisschen fliegen aber ich schätze mal da finden wir auch nicht ganz mehr ne ich glaube die signatur war hier für das klingo da mein wo ist der sprung da und auf geht's gucken wir uns das an was da im nächsten sektor ist torpedoschweife haben den gleichen die gleiche farbe wie der sprengkopf sehr interessant also ist der schweif pink kann man keine ahnung wie der hieß torpedoschweife der durchdringend stark ist gut hau ab wir warten auf einen freund sicher wenn möchte ich nicht auf einen freund warten ok da passiert nicht so dass sie näher kommen der kommt näher der bleibt ungefähr gleich ich gucke mich hier erst mal um jungs falls ihr was ergeben habt dann könnt ihr mir ja bescheid sagen dann sage ich euch auch bescheid hier gibt es ja was vielleicht hole ich mir das selber ab ok hier ist aber nichts probieren wir es da unten hier ist aber auch nichts da ist ja noch mehr von dem zeug die flugrichtung war jetzt nicht die coolste ah schau mal da da ist doch einer zum abbauen oder also so eine station oder da kann man doch interagieren mit oder ja den nehmen wir ein Asteroid verkaufen und dann machen wir das mit dem hier weil wir da so viele Schwingens kriegen 3200 ist ja schon mal was aber es gibt hier noch was zu entdecken vielleicht oder noch zeigte nichts an legen wir mal da hinten hin aber vielleicht ist auch jetzt hier diese Asteroid das aber eigentlich schwierig schwierig ja müssen wir mal gucken aber hier ist auch nichts zwischen da hinten gibt es noch mehr Asteroidenfelder fliegen wir mal in die Richtung jetzt kommt Musik auf oder hier ist aber nichts ich glaube der Asteroid ist es gewesen oder Subraum Signale kommen hier sind noch weitere Asteroiden aber jetzt nicht das was ich oft habe ja guck mal weiter grünes sehen wir hier natürlich gar nicht ne naja schauen wir zu dass wir da rüber springen einmal ausrichten bitte und auf geht's ok EMP Torpedos muss man drauf achten jetzt muss unser Sprung weg kommen aber hier ist nun mal nichts ne außer dicke Wolken sozusagen ich glaube dann brauche ich auch nicht weiter gucken weil der Asteroid wenn sie eingeben wird doch glaube auch angezeigt werden oder ja ich glaube das bringt uns jetzt nicht weiter da noch was um zu gucken keine grüne Signatur nix ne da 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 war was aber ja kommen wir jetzt keine grüne gibt es hier nix was wir hier anfliegen können oder was komisch dann mal dahin gucken wir uns da grad um plasmatröse grüner Sprengkopf machst du nur die Hülle mit kaputt äh die Schilde mit kaputt die Hülle nicht auch gut hier gibt es wieder was wird aber grad nicht angezeigt wo da gibt es auch noch viele Sachen fliegen wir mal die Richtung erst stopp mal ne das ist keiner ne das ist keiner das hier weiß ich glaube nicht ne das weiß ich glaube auch nicht das weiß ich glaube auch nicht ich glaube hier gibt es auch nix zu holen die Signale werden stärker ja sehr schön ne der war es auch nicht einmal hier raus aus dieser Wolke da drüben ist vielleicht was legen wir doch da mal hin ja das könnte ein Asteroid sein oder ja da ist er da ist einer da müssen wir mal gucken mit wem wir da den Handel machen ne die Xotern sind wahrscheinlich erschienen da gehen wir mal nehmen den ein und mit wem können wir handeln da kriege ich noch Kohle für das bedeutet das möchte ich nicht dann behalte ich den so Kohle wäre jetzt nicht mein Ding gut hier aus der Wolke raus weil ich glaube ja hier bringt uns das jetzt nicht weiter ne die Frage was ist mit denen kommen die zu mir kommen die nicht zu mir das war keine gute Idee glaube ich jetzt sind die zu mir feindlich jetzt wollen wir schnell hüppen ich hoffe die hüppen nicht mit das wäre ein Problem ich hätte hier wahrscheinlich nicht schießen dürfen einmal bitte ausrichten und tschüss dann wollen wir mal gucken unsere Station könnte natürlich der Asteroid ne den könnte sie ja nicht kaputt schießen oder ja wenn dann ich soll jetzt hier abhauen ne da hinten ist was was ich mir angucken wollte ihr seid jetzt nicht so wichtig da ist irgendwas was blinkt das muss ich erstmal sehen ich glaube es ist wieder eine Antenne ne kann ich schon interagieren wer weiß wie weit ich hätte interagieren können ne ja 71 haben wir schon gehabt dieses Ziel glaube kann das sein exodus projekt ist die frage ob es hier noch irgendwas gibt da sieht alles nach nichts aus das ist eigentlich eher ordentlich oder ne da gibt es auch nichts ne nur Müll da sehe ich jetzt auch nichts oder das war das exodus projekt da das war das exodus projekt da das könnte ein Asteroid zum einnehmen sein oder das könnte ein Asteroid zum einnehmen sein oder fliegen wir mal gerade vorbei und gucken uns den an das wird der 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 gut gucken wir das war ja noch gegen interagieren da ist er einnehmen interagieren astrid verkaufen geht auch nur an die deswegen machen wir das nicht behalten und da ist ja nachher markiert glaubt noch gut dann würde ich aber erst mal sagen machen wir wieder ein cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo ab macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt ein daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir jetzt nicht die video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao